Hier auf 1898 KISS FM mit Visavi und Live First, 19.51 Uhr. Die KISS Nation of the Day Du selbst machst ja auch französische Rapmusik. Genau. Und ich würde sagen, wir spannen euch da in der Hinsicht nicht weiter auf die Folter. Du musst mir natürlich noch sagen, wie man den Track richtig ausspricht. Den spricht man Marche ou Crève. Was bedeutet das? Das heißt Lauf oder Stirb. Oha, also ein ernstes Thema? Ein bisschen, ja. Man hört das ja an dem Beat. Live First mit Marche ou Crève. Marche ou Crève. Mit Visavi auf KISS FM. Viel Spaß. Ein bisschen, ja. 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 milligrammensch à crève. J'ai rien, ma merde. Une valeur sur cette terre. J' continue mon chemin Jusc'a la fin. Quoique les undis. La sick' est mon destin. Le First mit dem Marsch-e-Kräve Hier auf 98.8 KISS FM Unsere KISS Nation of the Day